Herzlich Willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Atme. Die Atmung strömt durch deinen ganzen Körper. Lasse deine Wirbelsäule weich und geschmeidig werden. Berühre den Himmel und die Erde. Konzentriere deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Deine Gedanken bereiten die Bewegungen vor. Körper und Geist sind in Harmonie. Zentriere dich in deiner Körpermitte, vom Brustkorb bis zum Becken. Aktiviere deine Beckenbodenmuskulatur, um deiner Wirbelsäule eine stabile Basis zu bereiten. Kontrolliere die Ausführungen deiner Bewegungen. Auch alle kleinen Muskeln werden dabei gestärkt. Lasse deine Bewegungen fließen. Die Atmung hilft dir dabei. Entspanne und dehne ganz bewusst deine Körperrückseite. Finde deine Balance. Strecke dich weit. Licht. Strahle. Leuchte wie der Weihnachtsstern. Halten. Schlecht. Schlecht. Lass dichи. Lass dichi. Lass dichi. Lass dichi. Schlecht. Schlecht. Nachschlecht. Vielen lieben Dank an Sonja und Andreas für im Mitwirken und an meinen Sohn Ture für die Produktion. Vielen Dank.